Die Dau auf der Haarentfernung mit Licht und Laser ist die beliebteste und gängigste Behandlungsform im Bereich der Ästhetik. Wenn auch dein Traum glatte und zarte Haut ist, dann solltest du jetzt aufpassen. Denn ich räume mit den Vorurteilen auf, die du wahrscheinlich schon zu dem Thema gehört hast. Dau auf der Haarentfernung ist schmerzhaft. Ganz und gar nicht. Du spürst lediglich nur ein Wärmegefühl auf deiner Haut. Dau auf der Haarentfernung ist teuer. Nicht bei uns. Du bezahlst nur deine wahrgenommenen Sitzung, ganz ohne Vertragsbindung. Dauer auf der Haarentfernung ist nicht geeignet für helle Haare und dunkle Haut? Auch das stimmt nicht. Denn unterschiedliche Technologien ziehen auf unterschiedliche Bedürfnisse ab. Zum Glück haben wir für jeden das Richtige da. Dauerhafte Haarentfernung kann jeder? Auf gar keinen Fall. Bei Haarfreiheit hast du medizinisches Fachpersonal, ärztliche Kooperationen und jahrelange Expertise. Wenn du also bei den Besten sein willst, dann komm zu uns. Auch die Technologien. Oder? Oder?